Weg der Nachfolge Jesu Der Weg, den ihr gehet, soll der Weg der Nachfolge Jesu sein. Ihr sollt euch ihn zum Vorbild nehmen. Ihr sollt leben auf Erden, wie er es euch vorgelebt hat. Ihr sollt ein Leben in Liebe führen und auch das Leidergeben auf euch nehmen, das euch auferlegt wird, auf das ihr ausreifet an eurer Seele. Der Mensch Jesus ist euch den Weg vorangegangen, weshalb ihr ihm nun folgen könnt und ihr auch sicher dann euer Ziel erreichet, zum Vater zurückzukehren, von dem ihr einst ausgegangen seid. Und Jesus hat euch diesen Weg aufgezeigt, indem er euch die Gebote der Gottes- und Nächstenliebe gab, durch deren Befolgen ihr den Weg der Nachfolge Jesu wandelt. Doch es erfordert dies euren Willen und ein Überwinden eurer Selbst, ein Zurückstellen der eigenen Wünsche und Begierden, um dem Nächsten zu helfen, so er Hilfe bedarf. Die Liebe soll in euch entzündet werden, weil anders das Ziel nicht erreicht werden kann. Die Vereinigung mit Gott, der selbst die Liebe ist und darum auch nur durch die Liebe gewonnen werden kann. Der Mensch Jesus war erfüllt von der Liebe zu seinen Mitmenschen und darum konnte er sich auch mit Gott zusammenschließen. Er konnte die ewige Gottheit in sich aufnehmen, die nur mit einem Menschen sich vereinigen kann, der sich zur Liebe gestaltet hat. Und dieses allein ist Zweck und Ziel des Menschen im Erdenleben, dass sich sein ganzes Wesen zur Liebe wandelt, dass er die Ich-Liebe aufgibt, dass er nur immer geben und beglücken möchte und also sich selbst vergöttlicht, weil die Liebe göttlich ist und der Mensch, der zur Liebe sich gestaltet, zu einem göttlichen Wesen wird. Je weniger der Mensch an sich selbst denkt und je mehr er in Liebe austeilt seinen Mitmenschen, desto näher ist er seinem Ziel und desto näher ist ihm auch Gott selbst. Dann geht er den rechten Weg zu ihm und Gott selbst kommt ihm entgegen. Dann wird er aber auch Leid tragen ohne Murren. Er wird sich selbst fühlen als ein Kreuzträger und das Kreuz gern auf seine Schultern nehmen. Denn er nimmt sich Jesus zum Vorbild. Er folgt ihm nach. Er geht den Weg, den Jesus ihm vorangegangen ist, den alle gehen müssen, um zur ewigen Seligkeit zu gelangen. Amen. Er geht den Weg. Er geht den Weg. Er in den Weg.